Ihr versteht ja, was er geschrieben hat, ne? Was hat er geschrieben? Die Fotze deiner Mutter hat geschrieben Achso, ich will das picken Oh, die Mutter picken Udi, keine Ahnung Udi, ne Textil, keine Ahnung Ja, ich hab keine Ahnung Ich hab auch keine Ahnung Ich hab auch keine Ahnung Was rastet der gleich so aus, halt? Ich weiß auch nicht, Alter, das ist kein Problem Ich hab keine Ahnung, wie ich gespielt mit deinem Heimdall eigentlich Skill seine 2 Ach, deine 2 Nein, am Anfang die 1 Okay Ich weiß nicht, find die 2 besser Nein, nein, die 1 Und dann Trance, Attack Speed oder was? Ja Als ich am Anfang die 1 geskillt hab, hast du gesagt Es geht die 2 Was lachst du, Digga? Die 2 ist ein Horn, Gerd, das wisst du Ja, ja, aber die 1 ist besser zum Clearen Oh Gott Du kannst mit der 3 deine Auto-Check-Chain resetten, sodass du halt nur Cleaves wirfst Was, mit meiner 3? Mhm Das geht zu weit Das geht zu weit Okay Hä? Du machst 2 Cleave Auto-Tags und dann einen normalen Mhm Und wenn du halt deine 3 auf Instacast packst, die keinen cooldown hat und die ganze Zeit das hin und her switchst, hast du nur Cleave Auto-Tags Das ist absolut asozial Du bist der Support durch, du Scheiße Hab ich sofort spielen wollte Achso, du Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt Digga, der Typ hat mir Support gegeben, bevor er uns beleidigt hat Jetzt bin ich verwirrt Egal, ich hab eh schon mehr Solo-Lane gekauft Digga, er hat sich nicht mal beschwert, er ist einfach Odin gegangen und auf die Solo-Lane Echt mal erwähnt Die Auto-Attacks sind echt unmenschlich langsam Ja Aber die tun weh Ja, ich hab's grad gesehen Immer noch Der 3. macht immer noch 80 Okay Take this jungle buff Das ist so dumm Das ist so dumm Okay, Arknifact schon Du musst immer noch lachen, Alter Das war schon, das war schon gut Das ist doch richtig hardcore Ich hab Plug-in eine Sekunde Lass sie ein bisschen pushen, ich habe Link Nein Rind ich dir mach Autotecks Wäre fast gesproken Wie hab ich den getroffen, es macht absolut keinen Sinn Ok, was brauchen wir nochmal für eine Wave? Ok Dann machen wir den in Purple Wie lange bleibt die Eins eigentlich in der Luft, für immer wenn wir die nicht Infinite Travel Range Ja Gut Okay, dann haben wir schon keinen Bock mehr Hast du deine 3? Mhm Dann setz dich mal hier hin, zur ersten Zeit Genau Jetzt machen wir unseren Körper Du sollst genug Gold für Boots haben, oder? Äh, jetzt Jetzt habe ich genug Gold Dann CP dich zurück Genau Und dann CP dich wieder hin Achso, den jetzt Ich habe auch 2 nehmen können Ähm Ah 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 Nein! Schade. Ich bin nicht genug abgefahren. 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 Rundbad sollte ich? Warte mal, du hast doch morgen Spätschicht oder? Ja. Ok, warte das übermorgen auch. Stimmt. sind. Der Mana-Chel ist da drin. Fehlen beide hier. Ich weiß, wo die sind. So weit? Ne, sieben Sekunden. Hinter uns kommt die Armada. Die haben mir einen Purple leider gemacht. Ich habe keine Mana, aber ich habe eine Slow. Der Slow hat nicht Connected. Ich will das mit einem Auto-Technik nehmen. Wenn du in die Richtung schaust, wo du ultest, in diese Richtung fliegt sie. Ja, das funktioniert irgendwie bei mir nie. Ich weiß keine Ahnung, wann das genau auslöst. Das habe ich noch nicht gewusst. Wenn du sie halt weggegietest. Weggegiet. Ich hätte auch gedacht, dass sie auf jeden Fall stirbt. Aber irgendwie hat sie das. Warum auch immer. Super nett. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich kann es nicht immer. Ich bin da. Oh mein Gott, ich habe alles erfüllt. Wir gehen vergotten. Ist die Sonne zum Baiten. Ich komm. Ich geh. Nein. Hab ich damit gehattet? Bei mir ist ja gar keiner. Und noch da. Oh, so ein Bait hier. Ja, ich bin tot. Ich bin dann erstmal raus aus dem Talk, ja. Jo, hast du rein. Jo. War schön euch mal. Jo. 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 Juh. Bist du so raupp? Okay. Geh dich den Scheiß dringen. Ja. zwei neue menschen sie sind dachte sich wieder der tor ist schon da ich dachte mir scheiß auf so eine länge sein tower ist schon fast dauer also wir meinen er wird trotzdem er wird vor dir den tower kriegen ja irgendwann werden sie den tower kriegen irgendwann Oh shit Nein, ihre Ulti ist down Ah, der Wrapper von Nisab Oh, der Ulti Nein Der Wrapper von Nisab Ich finde die Scheiben da trotzdem noch wird Nein, mir war auch wieder hier Izanami Ult down Und ich glaube die Oh nein, ich dachte er wird noch in meine Dings stashen Ich kann ja nicht grad nicht helfen To Oh, das ist die Dash Oh, ist ein Tod, Digga Da Oh, mein Gott Ho, 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 ho Tracked Kann ich bis kurz mal Der MIA hat wenig Mana. Ich hab keinen Dash, alter. Was ist das denn Scheiß? Alter, sie ist halt genau gedasht, wo meine Ulti abkam. Ach du hast geultet und sie ist durchgedasht? Ja, wusste gar nicht mal, dass das geht. Ja, da war Agni auch noch Scheiße. Den hab ich zu spät gesehen, sorry. Okay, der Ding ist auch hier. Einfach hier, oder? Jo, da brauch ich nicht mehr reingehen. Ja. Aber wir können Rechts zu finden. Oh, schön. Ohoho, ich liebe es hier, bro. Ohoho, ich liebe es hier, bro. Und jetzt alles mit mir zu machen. Ah ja, da geht es schon. Ohja, das liegt schon. Das ist ein bisschen besser. În weiß nicht, das ist ein bisschen besser. Wir müssen zumachen und dann gehen. Müller wird sicherlich gesitzt. Das war's für heute. Ich bin so tot. Wo kamen sie denn her? Der hat mich natürlich zweimal gekritzt mit 10% Hinter dir ist dieser Rami Kommen wir mit her Ja, Humbats hier In Humbats holt ich hier staunen Nice, noch den Red Buff gestealt Ich hab Ulti Schemi komm mit, komm mit Ich weiß nicht, ob ich ihn noch biebst Boah, der Humbats war halt auch noch hinter mir Könnte ich nix machen Jetzt war was schlecht Ja, wir haben 100 Rollen wechselt Boah, was für ein Anlag ich halt Ja, war halt ne Ulti, was würde ich machen Ich hab glaub ich bis jetzt 100% Lose Rate auf Heimdall Ich hab glaub ich noch nicht ein Spiel mit dem gewonnen Weil ich einfach so schlecht bin Mit dem Kann ich noch Maggi Pizza Was ist hier? Wo? Der ist gekommen Das ist egal Bits Bestand ähnlich Paro Paro Oh, ein Fury ist da Ja. Das war's für heute. Ich komme ich noch. Ich hole einen Ball hinter mir. Mhm. Er ist gesloten. Oder auch nicht. Oh, die haben fett Damage gefassen. Magik tot. Wie ist dein Schwein gefallen? Was? Die Eats ist bei mir, die Eats ist bei mir, ihr könnt kämpfen. Ich bin tot. Hä, wie geht das denn? Ich gehe wieder zurück. Okay. Oh, nice. Dieser kommt hinter dir, Dino. Oh. Dann, dann. Dann, dann. Dann, dann. Oh, das ist interessant. Ich glaube, Isar macht Goldfury. Ja. Ja. Fuck. Das ist echt voll ungewohnt ohne Deck oder sowas mit dem. Ich back. Agni push mit. Be緊! Oh, was了. Oh, sei. Okay Okay, jetzt abschließt er mit dir. Ich brauch Hilfe mit der Wave hier. Juhu. Okay. Ich hab Ulti in C, Humbats, Gangdorf. Mein Ulti ist da. Char. Und was ist noch hier? Boah, Bruder. Seinen Arm carriert die so hart. Ja, kann halt nichts machen. Sie grittert jetzt halt die Scheiße aus dem Fall. Wir gehen zu feiern. Mhm. Aber er könnte defenden die aber eigentlich ihre Ultis alle da. Ich bring rein und Ulti. Und schuld. Ja. 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 Ich krieg das irgendwie nicht auf die Kette. Ich bin mit dem echt scheiße. Ja. Ja. Ich weiß. Ich vergesse es auch immer. Ja. Den dann hier und dann einen mitzunehmen. ich hab den auch nur gepanickt gepickt mit dem einfach kommt der Scheiße. Wir waren alle gepanickt. Ja. Ist schön stark aber auch als Flore man kann. Und ich kann ihn einfach nur. Kann man nur. Wie ist die nicht gestorben, Digga? Oh mein Gott. Alter. Du mit 40 von Gott. Schön. Nice. Schön. Da ist der Kreisel. Ja. Ja. Okay. Da kannst du nichts haben. Tor kommt rein. Hoffentlich. Ja. Schade. Wieso geht der aus? Der hat mich halt. Aber der Kill auf sie hat mir viel geboxt. Ja. Die steht 173, Digga. Ja. Und die hat auch jetzt Titansbane noch geholt. Ohhh. planting läben. Die dr rere definesivity. 이게 hinter mir? Oh. Du, du Arcot im другой. Heider hat sich led. Ja, Lauf. Olympics hin. Are Sie. ��ja. Was er? Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Nice ulti Oh mein Gott Die ist durch meine Dings gedasht, ja Wir machen kurz Gold Nice Alter Dino, was war das für ein Snipe, alter Was zur Hölle Lass ich bei Tau nehmen Ja Agni kommt schon mit drin Jo, ich hol mir das ulti Ja jetzt kommt er back, nein nicht her Mhm Nun Buds kommt schon in mir auch Ich hab keine Beats Oh Gott Ich hab Ulti in zwei Sekunden Mhm Ich hab Ulti im Blink Ich hab jetzt wieder Beats und hab auch Ulti Ja, aber da sind nur Emi und Dings vor mir Agni könnte ich wegsnipen Ja, innen drauf Nice, sehr gut Herkules Emi ist relativ low Ja, lass den Hund töten jetzt hier alleine Ich plack gegen irgendjemand Oh Gott Geht's an Ami? Isa ist tot Bussi Nimm den Tau Nimm den Tau Nimm den Tau Nimm den Tau Your team has destroyed a middle enemy Fenix. Wobbing? No Frenzy. Just One. Let's go. Here we go. Where we go. Where we go? Where's the Team? Where we go? Where we go? Ich backwurz. Ich will irgendwie den Arcanysnipen. Hm. So 3k Pod. 325 Defense, Alter. Ja. Hm. Ich bin so tanky, Alter. So. One-shotten wir den Akne mal. 3.000 Leben, 325, 25 Defense. 1.0. Ist das gebaut? Lass einfach mit mir runter rennen. Hm. Ich kann auf den Akne blicken und dulden. Nee, wir fokussen die Insta zuerst. Okay. Muss nur sehen wo die sind, dann snipe ich den hierher. Dieser, der ist nur aus meinen Ulti raus, deswegen. Wenn du sie placken kannst, schade. Fumbats? Fumbats ist alleine, die sind alle gecatcht. Jo, ich bin grad ein bisschen der Danger Zone. Okay. Oh. Dangerous. Okay, ich weiß nicht wie der Toda gestorben ist. Schade. Schirr mir auch. Mhm. Get out. Wir sollten den Akne mal catchen. Der ist easy. Danach haben wir 5 gegen 4. Wir werden es 4 gegen 4. Achso, wegen Tor. Jetzt bin ich. Ich hab Ulti. Schade. Agni? Oh nein, der hat sein Dash noch geschafft. Ich hab gut damit gemacht. Mhm. M-Bats, pass auf. Ich bin echt auf. Ja. Ja. Das kriegt mich halt. Mist. Jiggy. 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 Oh, ein gutes Game. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Fickt euch!